Folgende Idee, wir wollten die Promenade nicht einfach nur gerade laufen, so wie hier, sondern wir wollten die Promenade kurven. Dazu wende ich mich zu ihr, wende mich von dem Weg zu ihr und wende mich weg. Wenn ich sie rauslasse, dreht sie fertig, ich komme automatisch in die Schick-Hand-Position, kleiner Nebeneffekt von der Idee. Wenn ich die Promenade laufe, dann kann ich durch die Rotation, die ich herstelle, auch über ihre Lady-Linie rübergehen. Also, ein Kick unten, ein Kick mittel, ein Kick oben. Wenn ich das Long Leg nach oben mache, es kein wirklicher Kick, sondern ein Long Leg auf ihre Seite, dann versuche ich, ein Stück nach oben zu gehen und sie hier oben zu halten, es steht eine kleine Pause. Rück, Platz, Kick, Kick, Hoch, Rück, Platz und dann ausdicken, weiter.